Hallo Freunde, Willkommen zurück zum Finale. Ja, leider ist Ligurest schon am letzten Part angekommen. Und es ist der Rocketdress, unsere letzte Herausforderung. Und... Ich weiß nicht, ob ich heute mitkommend habe, der hat sich nicht klar geäußert, meinte vielleicht... Vielleicht wird er was sagen. Auf jeden Fall habe ich mal die Sound-Effects ein bisschen runtergeschrieben und mir aufgefallen ist, dass sie doch ein bisschen laut waren. Äh, was mir dabei nicht klar war, ist, dass der Motor so laut ist dann, wenn er in die Musik wieder schiebt. Äh, ja. Aber... Genug geredet. Legen wir los. Rocket Racer. Und Nummer 7, Montana Champion Rocket Racer. Und ihr seht schon, nur eine Schrecke. Eine einzige. Genau deswegen wird hier nicht geschnitten, wenn ich mal verliere. Es ist nur ein Rennen, nicht so wie jetzt, äh, gestern kam der Outtakes noch danach, weil ich dreimal verloren habe. Ähm, das lag nur daran, dass es vier Rennen waren, hier wird nicht geschnitten. Ich sage, ich brauche viel zu viele Anläufe, dann wird geschnitten. Ähm, aber wollen wir das nicht hoffen, sondern legen einfach los. Natürlich wieder mit Gameboy. Und jetzt kommt ein Hammer-Interface. Mega geil, dass ich das erst mal gesehen habe. Also, viel Spaß. Also, viel Spaß. Los. ja ihr seht wie der ab das ist ein mega schweres Rennen er ist darauf fixiert sich drei weiße Rennen und damit dann durch die Gegend zu springen denn wir sind erst wenn wir das beim ersten Anlauf schaffen ich bin nicht sauer alles gut vor der Nase weg Alter, mein Vorspann, das ist ja mega Der ist gerade gesprungen und hat uns nicht mal wirklich eingehoben. Letzte Runde, wa? Also das habe ich nun deutlich schwerer in Erinnerung. Willst du mich verarschen? Erster Versuch! Führ mal bitte mein Herz schlagen. Alter, weil er hat's rast. Warum? Das war nix. Alter. Wir haben einen ersten Versuch. Er fragt, ob ich Zeitfahren mache. Wahrscheinlich nicht. Das dauert mir zu lang. Ich glaube heute, ich wusste es. Das ist denn Lodwrazer Auto-Kaufsatz gewonnen. Das Beste ist, wir haben dieses Spiel komplett mit einem Standardwagen durchgefahren. Wir haben ihn nie umgebaut. Das ist der größte Lego Rocket Racer Champion aller Zeiten. inkling else. Quoiere jetzt. Wofür? Ahhhh, High Voltage Stoffen, ey, das ist okay, ja, jetzt ist das Spiel so Hammer. Leider ist der zweite Teil nicht mehr von High Voltage Studios gewesen. Habe ich hier liegen, den zweiten Teil. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt direkt als nächstes MP'n werde. Schade, dass es nie DIG RACES 3 gab. Dann wirst du es mal sehen, dass du eine Facebook-Gruppe gehst. Es gibt zwar Facebook-Gruppen dafür, aber... Ähm... Hm, ob es sie gemacht wird, weiß ich nicht. Ich fände es auf jeden Fall mega geil, wenn es gemacht werden würde. Da haben wir jetzt das wirklich beim allerersten Versuch geschafft. Das war... Schön. Ja, schön. Ja, hier wird nicht geschnitten, weil das ist nur ein Rennen und dann durchgezogen. Und hier noch die Lotte von Legomedia International. Legomedia hat am zweiten Teil, äh, hat zwar am zweiten Teil so ein bisschen gearbeitet, aber... Ja, das ist nur die Marketing für die, äh, der zweite Teil ist nicht so gut wie der erste. Es ist was anderes, es ist ne gute Idee an sich gewesen, aber das werdet ihr sehen, wenn wir das Spiel das spielen. Okay, wir sehen. Hm. Also, ja, das war schon... Aber ich finde, das ist von der Musik alleine schon unangefochten weit vorne für mich. Da sind... Da hat er nicht... Hm, was machen wir jetzt? Ich verleg' grad, ob wir einen Zweikampf machen noch. Einfach, um's abzurunden. Er schüttelt leider den Kopf. Er will nicht. Dann wollen wir uns vielleicht mal Zeitfahren angucken. Äh, wir können ja uns ja mal Zeitfahren... Eine Runde können wir ja mal Zeitfahren machen. Ich werd' das aber nicht zu Ende bringen. Also, man könnte dann noch sie hier freischalten, aber... So, wir machen das jetzt eigentlich einfach mal da. So, Gameboy! So, äh, ihr seht, sie ist... ...sehr durchsichtig. Und verdammt schnell. Nur in dieser Strecke nicht. Da ist sie irgendwie so ein Name da. Aber, äh, sie kann jedes... Äh, äh, Item einsammeln, auch wenn wir es schon haben. Was komisch. Das ist meine Liege irgendwie von vorne. Ach ja, und sie fährt auch durch Items durch, äh, wenn... Oh, ich hab' kurz ein Eck. Also, sie fährt durch Items durch, sammelt sie ein und, äh, wir können ja auch noch... Also... Tock, 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 tock! Komm hin! Warum ist es nämlich ein Lamsänger, wenn er so komisch durch den Duft schlackert? Es gibt hier wirklich ein bisschen, was hier nicht in der Einladung. Komm. Ist da ein Eigerzug, so ein Lüge. Ist da ein Lüge. Oh, er wird nur nicht alles просто. Oh, ich fühle mich mal auf. Oh, er ist ja so viel vor sich. Ok, wer macht die Lüge... Oh, wir wissen, was er nicht ein Lüge... Ja... Oh, ja. 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 Oh, ja, oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, das wüssten wir schaffen. Manche ist wahrscheinlich ein gutes Bild, aber sonst fährt jeder auch durch. Doch, doch, das hat auch die Geile im Ding. Und, Zeitfahren. Am zweiten Tag wird das wahrscheinlich ein bisschen mehr, wenn ich auf die Zeit achten. Du hast eine Frau, die Wolken siegen. Nein, nicht nochmal. Ähm, so freundlich, würde ich sagen. Was, was? Vorerst mit Lego Racers. Es sei denn, ich entscheide mich noch dazu, mal einen Zweikampf zu machen. Oder besser gesagt, jemand anders entscheidet sich dazu, mit mir mal einen Zweikampf zu machen. Oder ich entscheide mich dazu, Zweitfahren noch zu machen. Alles mal gucken. Aber, Freunde, danke fürs Zusehen. Und du bist eine Lusche. Oberlusche. Verpiss dich. Na ja, dann, Freunde, bis zum nächsten Mal. Also im neuen Projekt dann. Was es ist, überlege ich mir noch. Ähm. Ach, dafür habe ich auch noch zwei Tage Zeit, das zu überlegen. So, äh, der heute ist Mittwoch, die Folge kommt am Freitag, dann kommt dann das neue Projekt. Ja, schön. Genau sieben Folgen draus gemacht. Also, Freunde, dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Willst du auch noch Tschüss sagen? Er sagt nein. Also. Äh, nein von Lotuten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.